Wer sitzt denn im Auto? Unmut. Ja, zeig mal. Mach mal die Tür raus. Weihnachtsgeschenke. Ja, zeig mal die Weihnachtsgeschenke. Zeig mal, Unmut, von Schule. Oh, super, Mann. Super. Junge, Junge, Junge. So, jetzt musst du beeilen, Junge. Echt? Dann muss ich die andere abholen. Tschüss. Ja, zeig mal, wie du fahren kannst. Ja, okay.